Der Impfbus ist in Klagenfurt angekommen. Der Anrang ist wirklich unerwartet hoch. Die österreichische Gesundheitskasse hat sich dazu entschlossen, jetzt vor allem für den Impfbus den Johnson & Johnson anzubieten. Und wie man sieht, es ist gut angekommen. Der Impfstoff muss nur einmal verabreicht werden. Ein weiterer Vorteil ist die schnelle Erreichbarkeit des Busses. Wir haben uns entschlossen, speziell an den Markttagen den Impfbus aufzustellen. Die Menschen sind schon in der Stadt, sehen den Impfbus und überlegen sich sehr kurzfristig, sich jetzt impfen zu lassen. Auch in dieser Woche steht der Impfbus für die Besucher der Innenstadt und des Marktes bereit. Wir impfen weiter am Donnerstag, am Freitag und am Samstag. Als Impfstoff kann Moderna oder Johnson & Johnson gewählt werden, solange der Fahrrad reicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017